Die ÖPP Infrastruktur AG war vor der Situation, die Betriebsführung zu modernisieren. Das gesamte System effizienter zu gestalten, kundenorientierter zu gestalten und dabei waren wir auch gefordert, das Notfallmanagement auf neue Beine zu stellen. Wir mussten die Prozesse neu generieren und dabei stellt sich die Frage, mit welchen Systemen können wir diesen Prozess am besten unterstützen. In diesem Zusammenhang waren wir auf der Suche nach verlässlichen Partnern, die uns auch geeignete Systeme bereitstellen. Da sind wir auf Frequentis gestoßen. Nicht zuletzt deshalb, weil ich Frequentis schon längere Zeit im Auge hatte und ihre professionelle Arbeit verfolgen konnte, ihre Entwicklungen verfolgen konnte und das war für mich ein wichtiger Indikator. Da war für mich so viel Vertrauen da und es ist letztlich auch gelungen, Frequentis als verlässlichen Partner zu gewinnen. Heute sehen wir, dass wir mit dieser Lösung, nämlich dem Rail Emergency Management System, das absolut richtige System bekommen haben. Dass wir mit dieser Lösung die Notfälle am Schienennetz der ÖPP absolut sicher, schnell, zuverlässig erledigen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.